Hallo und herzlich willkommen zu Kassensrunde mit Karo. Ich bin Karo Juncker-Deneu, ich bin Geschäftsführerin bei eTrives und spreche heute mit Ralf Bühler, dem CEO von Konrad. Ralf hat mir in unserem Vorgespräch einen Satz gesagt, den ich super treffend fand. Jeder kennt Konrad, aber keiner kennt Konrad. Und so ging es mir auch und einigen Kolleginnen. Ich kenne Konrad durch den geladenen Altona, wo ich früher schon mal eingekauft habe, aber mittlerweile verfügt Konrad kaum noch über Geschäfte oder beziehungsweise fast gar keine Geschäfte mehr. Denn das Unternehmen hat seinen Milliardenumsatz von 80% B2C in 80% B2B transformiert. Ich wollte von Ralf wissen, wie man so eine bedeutende Transformation in einem 100-jährigen Familienunternehmen angeht und wie man so eine mutige Entscheidung trifft und vor allen Dingen, wie Konrad jetzt auch seine B2B-Strategie erfolgreich weiter umsetzt. Wir sprechen über Produktsortimente, über Kundengewinnung, das E-Procurement-System von Konrad und ob vielleicht auch hier schon Retail-Media im B2B angekommen ist. Ich fand das Gespräch aufgrund des B2B-Geschäftsmodells extrem spannend und konnte wahnsinnig viel von Ralf über B2B-E-Commerce, aber vor allen Dingen auch Transformation von Unternehmen lernen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, lieber Ralf. Schön, dass du heute da bist bei Kassenzone mit mir, Caro Junker-Deneu. Ich würde sagen, wir machen es mal ganz einfach und ich übergebe direkt an dich. Magst du dich einmal mit deinen eigenen Worten vorstellen? Wer bist du und was machst du bei Konrad? Okay, hallo Caro. Also freut mich natürlich, dass ich heute für dieses Gespräch bei dir bin. Was gibt es zum Ralf Bühler zu sagen? Münchner, nicht nur Wahlmünchner, sondern wirklicher Münchner, der so ein bisschen in der Welt rumgekommen ist und sein Leben eigentlich in der Elektronik verbracht hat, hauptsächlich bei Elektronikfirmen, Halbleiterherstellern und Ähnliches und ein bisschen um die Welt rumgekommen ist. Ich habe ein paar Jahre im Ausland gelebt. London und Hongkong wären da so Stationen. Unter anderem habe ich auch in Hamburg gelebt. Ich weiß nicht, ob das aus Ausland zählt, aber als Münchner darf man das manchmal, glaube ich, sagen. Genau, verheiratet, drei Kinder und wirklich ein begeisterter Elektroniker im Herzen. Und diese Liebe und Begeisterung zur Elektronik hat dich dann zu Konrad geführt oder wie war da der Weg? Ja, also der Weg war ein langer oder ein weiter für mich. Also ich bin so ein bisschen durch die Stationen in der Halbleiterei gegangen, bin ein klassisches Kind des Vertriebs gewesen. Und Konrad ist wirklich das erste deutsche Unternehmen, für das ich auch arbeite. Ich habe auf meinem gesamten Weg eigentlich hauptsächlich für angelsächsische Unternehmen, Amerikaner, Engländer gearbeitet. Und so ziemlich weit hinten auf meinem Weg hat sich diese spannende Aufgabe Konrad, diese Veränderung von einem Unternehmen, das viele von uns kennen, das viele von uns vielleicht auch mit irgendeinem Bild verbinden, ergeben. Und dieses Unternehmen wollte sich verändern. Und da hat mein B2B-Hintergrund gut dazugepasst. Und so bin ich dann bei Konrad vor etwas über fünf Jahren gelandet und darf seit fast vier Jahren inzwischen als CEO hier die Geschicke des Unternehmens leiten. Es ist wirklich total faszinierend, Ralf. Immer, wenn ich jetzt in der Vorbereitung jemandem erzählt habe, dass ich dich treffe, dass wir einen Podcast zusammen aufnehmen mit dir, Ralf, dem CEO von Konrad, haben alle ganz wissentlich gesagt, ja, also jeder kennt Konrad. Aber im Vorgespräch hast du auch gesagt, jeder kennt Konrad, aber keiner kennt Konrad. Weil wenn man dann so ein bisschen drüber nachdenkt oder nachhakt, also was kennst du immer, Konrad, hast du da schon mal eingekauft, dann wird es dann doch tatsächlich auch wieder etwas dünner. Und ich würde gerne vielleicht mal mit einem ganz einfachen Einstieg beginnen und mal einfach so ein bisschen einen Einblick in das Sortiment bekommen. Was ist denn aktuell eigentlich euer teuerster Artikel, den ihr im Angebot habt? Also das Allerteuerste, was wir gerade eben haben, wäre so eine ganz, ganz spezielle Drohne. Die kostet irgendwo so um die 15.000 Euro. Dazu gibt es so ein paar Roboter auch, die in einem ähnlichen Preissegment liegen. Verstanden. Und was ist das meistverkaufte Produkt, also in Menge? Das schwankt so ein bisschen zwischen Elektrowerkzeugen und Messgeräten. Das kommt immer ein bisschen darauf an, wo es gerade ist. Aber natürlich mit unserer Ausrichtung auf Handwerker und Firmen, die produzieren, sind das die zwei ganz großen Kategorien, in denen wir arbeiten. Ja, da kann man auch ganz schön erkennen, sozusagen den weiten Spread, den euer Sortiment auch hat. Kannst du uns einmal so ein bisschen durchführen? Was genau ist das Geschäftsmodell von Konrad und wen bedient ihr mit welchen Sortimenten? Gut. Also das ist natürlich, jetzt sind wir genau an diesem Punkt, wo viele sagen werden, Konrad, klar, weiß ich, da gibt es Computer, also Laptops. Da kriege ich auch durchaus meine Telekommunikationseinrichtungen, iPhones und was auch immer her. Aber was die wenigsten wissen ist, ja, was ist denn das gesamte Sortiment bei uns? Und ich würde es mal ganz einfach sagen, auf der einen Seite verkaufen wir die kleinsten Bauteile, die es gibt, die in große Elektrogeräte reingehen, also Widerstände. Da gibt es, da sprechen wir dann von millimetergroßen Bauteilen letztendlich. Und auf der anderen Seite hören wir auf, bei dem, was ich dir gerade beschrieben habe, ganz komplexe Systeme, einen Roboter, also einen Cobot oder eine Industriedrohne, Industriedrohne, die dann eben mehrere Zehntausend Euro kostet. Und dazwischen decken wir das gesamte Spektrum der Elektronik ab. Von, also Bauteilen über Messtechnik, über Werkzeuge, Elektrowerkzeuge, hin zu Laptops, Computern, hin zu vollwertigen Systemen. Also alles, was man braucht, um mit Technik sein Unternehmen irgendwie zu betreiben. Und das Ganze tun wir, ist vielleicht etwas typisch für das, wo Konrad herkommt, untypisch für den traditionellen B2B-Händler. Das Ganze tun wir in großem Maß, in hohem Maß digital. Also entweder über, was wir alle kennen, Webseite oder was man auf Neudeutsch E-Procurement, also digitale Beschaffung nennt. Ja, gutes Stichwort, denn ich kenne Konrad auf jeden Fall auch noch aus dem stationären Handel. Es gab in Hamburg-Altona einen Laden, wo ich auch tatsächlich schon mal war. Das Thema spielt für euch also gar keine Rolle mehr, sondern ihr bedient eure Kunden hauptsächlich digital. Also wir haben 100 Jahre, haben wir jetzt nicht gesagt, aber Konrad ist ja, wir sind 100 Jahre unterwegs. Wir sind 100 Jahre, wenn man so will, 95 Jahre sehr, sehr stark auf Konsumenten ausgerichtet gewesen. Ja, und wir haben in der Zeit eigentlich sortimenstechnisch immer Elektronik verkauft. Dafür kennt man uns natürlich und haben alle Stationen des Handels mitgenommen. Also wir haben angefangen als Reparaturwerkstatt, wirklich ganz klassisch, haben dann angefangen, Bausätze zu verkaufen, haben dann irgendwann mit dem stationären Handel angefangen, dann den Versandhandel, dann den Online-Handel. Also auf diesem Weg ist Konrad entstanden. Und wir sind dann, als wir uns zum Thema B2B uns hin orientiert haben, war natürlich die große Frage, welche Rolle spielt der stationäre Handel in diesem Segment, also im Geschäftskundensegment. Und es war klar, dass das, was wir an traditionellen Läden hatten, kennen wir alle, du hast Hamburg-Altona angesprochen, könnte man Münchenthal als Institution auch sagen. Wir haben ja festgestellt, diese Art von Laden brauchen wir für unser Kundensegment B2B einfach nicht. Wir haben uns damals dann schweren Herzens, aber wirtschaftlich voll nachvollziehbar entschieden, diese Läden zu schließen. Das heißt, wir haben natürlich unser B2B-Kundengeschäft hauptsächlich auf den digitalen Handel ausgelegt. Wir haben trotzdem auch natürlich eine Vertriebsmannschaft und wir testen nach wie vor, gibt es stationäre Formate, in denen wir Kunden aus dem B2B-Segment bedienen können, weil unmittelbare Verfügbarkeit eine Rolle spielt, weil Nähe zum Kunden regional eine Rolle spielt. Dort haben wir im Moment vier Läden, vollkommen anderes Format, viel, viel kleiner, viel weniger Sortiment, die wir gerade testen. Also jetzt hast du es gerade schon ganz schön beschrieben, euch gibt es seit 100 Jahren. Das ist ja total außergewöhnlich. Also davon kenne ich persönlich auf jeden Fall nicht allzu viele Unternehmen. Wo steht ihr denn heute? Kannst du mal beschreiben, wie groß ihr seid in Bezug auf Umsatz oder auch Anzahl Mitarbeitende und in welchen Märkten seid ihr eigentlich aktiv? Also wir sind, fangen wir mal ganz, ganz vorne wieder an. Wir sind auch nach 100 Jahren ein Familienunternehmen. Wir sind ein Familienunternehmen der vierten Generation. Ich bin jetzt zwar kein Familienmitglied, aber ich bin adoptiert, sage ich jetzt einfach mal dazu und damit Teil der großen Konrad-Familie. Also nach wie vor ein Familienunternehmen. Wir sind heute, machen nach wie vor über eine Milliarde Umsatz, haben aber, und das hört sich unspektakulär an, weil wenn man Konrad ein bisschen beobachtet hat, dann weiß man, okay, die eine Milliarde, das hört man schon länger. Was man aber wissen muss, wir haben quasi innerhalb von fünf Jahren den Umsatz mehr oder minder von 80% B2C auf 80% B2B verschoben. Also wir machen nach wie vor eine Milliarde Umsatz, haben darunter aber die gesamte Struktur umgebaut. Wir sind im Herzen ein europäisches Unternehmen. Also wir sind natürlich zunächst mal ein in Deutschland gegründetes, in Deutschland entstandenes Unternehmen. Aber wir sind ein europäisches Unternehmen. Wir sind in 17 Märkten in Europa tätig und haben, runde Zahl, zweieinhalbtausend Mitarbeiter heute. Wahnsinn. Und jetzt beschreibst du, also 100-jähriges Familienunternehmen. In den 100 Jahren habt ihr euch ja wahrscheinlich nicht nur einmal transformiert. Du hast es auch sehr schön erzählt, welche Stationen es da schon gab auf dem Weg. Aber dieser Shift von B2C auf B2B, der ist ja total außergewöhnlich. Ich habe in den letzten fünf Jahren Gespräche in die andere Richtung geführt. Also ich habe mit vielen Herstellern gesprochen, die versucht haben, Endkundenzugang zu bekommen und die verstehen wollten, was es bedeutet, wenn man es gewohnt ist, Paletten in den Großhandel oder in den Handel zu schieben. Also kleinsteilige Pakete an Endkunden auszuliefern. Das ist auch super komplex. Aber euer Shift war sicherlich auch nicht weniger komplex, weil es ist ja wirklich eine komplett andere Art, Kunden zu bedienen, Kunden überhaupt erstmal für sich zu gewinnen. Kannst du einmal beschreiben, was war da der Hintergrund? War das der harte Wettbewerb im B2C-Bereich? Also eigentlich ist der B2B-Markt ja auch deutlich größer. War das eher die Opportunity, die ihr gesehen habt? Wie kam es dazu? Also ich glaube, so persönlicher Glaubenssatz ist, es lohnt sich immer auf etwas zuzugehen und nicht vor etwas wegzulaufen. Und so ein bisschen ist da, glaube ich, auch die Wahrheit bei uns verankert. Also als Unternehmen, glaube ich, zeichnen Konrad drei Dinge aus. Das eine ist Weitsicht, das andere ist Mut und das dritte ist Durchhaltevermögen. Ja, also diese, und wenn du diese drei Dinge in dir irgendwie vereinst, dann schaust du ja immer, wie kann es weitergehen? Ja, also dieses wie kann es weitergehen, das tun ja viele Unternehmen. Und wenn du dann feststellst, dass dein Weg, der dich hierhin gebracht hat, sich verändern muss, weil der Wettbewerbsdruck groß ist, weil die Opportunität woanders vielleicht noch deutlich größer ist, dann brauchst du den Mut zu sagen, ich verlasse meine angestammten Pfade und ich traue mich, das zu machen. Und ich glaube, das ist mal das Wichtigste, warum mich das bei Konrad gepackt hat, weil diesen Mut, Weitsicht haben viele, beim Mut wird es dann schon schwieriger. Und ich glaube, diesen Mut, den haben wir. Also wir haben erkannt, das alte Geschäftsmodell, das wird vielleicht nicht auf Dauer uns in die Lage versetzen, unabhängig weiter zu agieren, wie wir das wollen. Und deswegen war dieser Weg zu B2B, der Markt ist groß, viele unserer Stärken, die wir aus dem B2C gelernt haben, also dieses Liefern an viele Kleinkunden, das spielt im B2B-Umfeld durchaus eine extrem große Rolle auch, denn wir bedienen ja am Schluss trotzdem Menschen in Firmen und nicht nur einfach irgendwelche anonymen Lager. Also diese Stärke, die wir aus dem B2C hatten, die hat uns weitergeholfen und wir bringen diesen digitalen Hintergrund mit. Und gerade im B2B ist diese Digitalisierung ja noch bei weitem nicht abgeschlossen. Und speziell, wenn wir uns Deutschland anschauen, da sind wir in der digitalen Beschaffung, das ist auch ein böses Wort, aber manchmal sage ich digitale Diaspora. Ja, also wir sind manchmal immer noch einfach nicht auf dem Stand der Zeit, wenn es darum geht, C-Teile, ungeplante Bedarfe, die wir ja abdecken, digital zu verarbeiten. Und mit dieser Einsicht, dem Mut, haben wir uns auf den Weg gemacht und dann kommt das Durchhaltevermögen, weil Erfolg stellt sich natürlich nicht über Nacht ein. Ja, das ist nicht ein ein Quartal zum nächsten Quartal Thema, sondern es ist ein Thema, da sind wir jetzt zwar ein gutes Stück vorwärts gekommen, aber wir sind ja heute noch nicht an unserem Ziel. Wir wollen ja weiter wachsen, noch deutlich größer werden. Und jetzt kommt halt dieses Familienunternehmen Durchhaltevermögen, die Fähigkeit, auch wenn es mal nicht so läuft, zu sagen, das ist unser Weg und den gehen wir. Und das ist eigentlich der Konrad-Weg, deswegen bin ich so stolz, froh, hier zu sein, weil ich glaube, wir haben alles in den Händen, um nach vorne raus dieses B2B-digitale Beschaffungsthema so zu besetzen, wie das keinem zweiten deutschen Unternehmen gerade gelingen kann. Du hast drei Sachen gesagt, Mut, Weitsicht und Durchhaltevermögen. Ich würde das gerne noch ergänzen, vielleicht grenzt da so ein bisschen dran. Ich glaube, diese Transformation, die ihr hinter euch habt, das ist ein Riesenjob. Und der ist bestimmt auch nicht in einigen Monaten getan oder mithilfe eines Projektes, sondern das dauert Jahre. Es braucht absolutes Top-Management-Commitment und dann eben auch halt auf Fokus und sich nicht ablenken lassen auf dieser Reise. Wenn ich jetzt an die Gespräche, die ich in der Vorbereitung dieses Podcasts geführt habe, denke und merke, wie hoch die Markenbekanntheit von Konrad im Konsumentinnenbereich ist, ist, wie schwer ist das Durchhaltevermögen, nicht zu sagen, ach komm, wir nehmen doch nochmal einen Teil vom Marketingbudget und machen ein bisschen Google-Werbung, weil uns kennt ja jeder, dann können wir noch ein bisschen was mitnehmen und die Lagerdrehgeschwindigkeit doch nochmal ein bisschen anfeuern. Also es menschelt natürlich nach wie vor jeden Tag. Ja, also das ist auch vermessen. Lass mich es anders sagen. In so einer Transformation ist es, wenn du fertig bist, ist es ganz leicht, alles zu erklären und es schön zu zeichnen, ja. Die Realität ist, in jeder Veränderung steckt ganz viel harte tägliche Arbeit drinnen, weil die alten Muster sind ja nicht plötzlich verschwunden. Und ich wehre mich oder wir wehren uns ja nicht dagegen, B2C-Kunden zu bedienen, solange sie Sortimente kaufen können, die wir für unsere B2B-Kunden sowieso haben und die auf unserer Webseite stattfinden werden. Es geht halt nur kein stationärer Handel mehr, wenn du so willst, sondern online mit den Sortimenten, die wir haben, bedienen wir auch gerne B2C-Kunden. Also ja, es ist nach wie vor immer wieder eine Versuchung zu sagen, ah, das kann man noch mitnehmen oder da könnte man nochmal nachlegen. Und wir ertappen uns natürlich dabei, dass wir doch auch mal das ein oder andere mitnehmen, weil wir es mitnehmen können. Aber ich glaube, das ist auch der Charme dieser Transformation, ist keine dogmatische Transformation, sondern wir haben uns ganz pragmatisch auf einen Fokus gegeben. Wir haben uns auf ein Sortiment festgelegt. Wir haben uns die Kanäle ausgesucht, in denen wir unterwegs sein wollen. Und wenn dort auch B2C-Kunden sind, dann freuen wir uns über jeden Kunden, der bei Konrad kaufen möchte und seine Sympathie quasi durch einen Kaufausdruck verleiht. Und habt ihr das irgendwie vorher vertestet, um so ein Stück weit Validität auch in die Entscheidungsfindung zu bekommen? Ich kann mir vorstellen, dass es in Familienunternehmen also Fluch und Segen sein kann, sowas anzustoßen. Auf der einen Seite erlebe ich, wenn ich mit Familienunternehmen spreche, immer eine unfassbare Nachhaltigkeit so in den Entscheidungen, weil Unternehmen sollen ja, wie man so schön sagt, enkelfähig bleiben. Dass es einfach ein Unternehmen noch sehr, sehr lange besteht und eben nicht nur über die Zeit des Mandats eines Vorstands gegebenenfalls. Auf der anderen Seite geht damit auch so viel Risiko einher. Und das kann dazu führen, dass man entweder sehr, sehr mutig und sehr weitsichtige Entscheidungen tritt. Es kann aber auch sein, dass man die Zugbrücken hochzieht und versucht, auch eine schwierige Situation einmal auszusitzen. Hast du das Gefühl gehabt, dass es bei euch leichter gemacht hat? Und wie seid ihr zu dem Punkt gekommen, dass ihr gesagt habt, wir sind da auf dem richtigen Weg? Also es gibt immer einen Plan. Und dann ist immer die Frage, wie gut fundiert oder wie tief ist der fundiert worden wirklich? B2B war für Konrad ja nicht Neuland. Also fangen wir mal damit an. Ich habe ja gesagt, wir waren 30 Prozent, haben wir auch schon damals mit B2B Kunden gemacht. Und es war auch offensichtlich, dass das Thema Beschaffung in digitaler Form, also auf Webseiten und in E-Procurement-Systemen wachsen wird und wir bereits quasi einen Ansatzpunkt hatten. Und von daher würde ich sagen, der A-B-Test hat bereits erwiesen, dass wir dort erfolgreich sein können, sonst macht man nicht 30 Prozent seines Umsatzes dort in diesem Geschäft. Also das ist der Fundament oder der Fundierungsteil. Dann kommt der Teil, wo glaube ich der Mut, das Bauchgefühl, der Unternehmergeist dazukommt und quasi verstärkt. Also wenn man vor sieben Jahren in Deutschland mit jemandem darüber gesprochen hätte, einen Marktplatz zu bauen, hätten die meisten gesagt, okay, Marktplatz verstehe ich. Aber wenn man vor sieben Jahren mit jemandem gesprochen hätte, einen B2B-Marktplatz zu bauen, hätten einen die meisten angeschaut und gesagt, B2B-Marktplatz, wer braucht das und warum braucht man das? Und ich glaube, das war zum Fundiertheit, zur Fundiertheit dazukommt, dann noch der Mut zu sagen und wenn wir in B2B gehen, dann probieren wir auch gleich noch einen B2B-Marktplatz zu bauen. Und ich glaube, so haben wir das Beste aus beiden Welten ein bisschen geschafft. Auf der einen Seite nicht nur Intuition, auf der anderen Seite verstärkt durch Intuition quasi in den richtigen Markt reinzugehen. Total spannend. Wie ist es denn heute, welche Unternehmen, kannst du vielleicht mal so ein typisches Kundenprofil beschreiben, bedient ihr heute und wie kommt ihr an die? Also du hast zwar gesagt, euer Geschäft ist weitestgehend digital durch einfach klassischen Online-Shop oder auch E-Procurement, aber wie kommt ihr an die Kunden? Sind das dann auch so typische Online-Marketing-Kanäle oder geht man da jetzt doch auch nochmal auf eine Messe und knüpft einen persönlichen Kontakt? Also all of the above. Ja, also das B2B-Umfeld hat ja, wenn wir uns immer darüber die Gedanken machen, dass B2C inhomogen ist, dann ist ja das B2B nochmal ein ganzes Stück inhomogener. Warum mein oder warum sage ich das? Wir haben auf der einen Seite Kleinstunternehmen, also Einzelunternehmer, Einzelpersonen, die eine Firma betreiben, Handwerksbetrieb und auf der anderen Seite haben wir DAX-notierte Konzerne oder wo auch immer notierte Aktiengesellschaft und dazwischen ist das Spektrum, in dem wir tätig sind. Also bei Conrad, wir bedienen vom kleinsten Einzelunternehmen bis zum größten DAX-Konzern alle Unternehmensgrößen. Wir tun das auf unterschiedliche Arten, deswegen ist deine Frage sehr berechtigt. Natürlich ist es für die kleinen und Kleinstunternehmen ist die Webseite unsere Transaktionswelt. Dort bilden wir unseren Marktplatz ab, dort stellen wir Kunden unser Portfolio zur Verfügung. Wir haben in diesem Gebilde trotzdem natürlich auch noch einen klassischen Vertrieb, denn wenn du mit einem DAX-Konzern arbeitest, dann musst du verstehen, was braucht dieser DAX-Konzern ganz speziell an Anbindungen, was braucht dieser Mittelständler ganz genau an Lösungen. Also wir haben auch einen klassischen Vertrieb, aber auch auf dieser Großkundenseite versuchen wir alles digital abzuwickeln. Das ist dann, was ich immer als E-Procurement bezeichne. Alle Worte, die hinten mit E aufhören, API, OCI, EDI, was uns sonst noch einfällt, all diese Transaktionsformen sind halt dann die Medien, mit denen wir mit den Großkonzernen arbeiten. Und ja, deswegen gehen wir auch auf Messen, denn dort finden wir natürlich diese Großkunden. Ja, deswegen gehen wir auf Tagungen, um genau mit diesen Unternehmen in Kontakt zu bleiben und auf der anderen Seite haben wir natürlich die klassischen Online-E-Commerce-Marketing-Formen von Newslettern über Google, die wir natürlich alle benutzen, um an die breite Masse der Kunden zu kommen. Ja, krass, weil eigentlich würde man denken, dass das Endkonsument in den Geschäften ein bisschen komplexer ist, aber das klingt ja so, als würdet ihr wirklich die gesamte Klaviatur des klassischen Marketings, aber auch des Online-Marketings bedienen müssen, um an diese verschiedenen Kundengruppen zu kommen. Wahnsinn. Aber so eine E-Procurement-Anbindung klingt ja traumhaft, also klingt ja so, also wie der größte Log-In-Effekt, den man sich so vorstellen kann. Wie nachhaltig ist der? A, in Bezug auf Preise. Das frage ich mich, weil die Preise, ich weiß nicht, wie es in euren Rohstoffketten aktuell aussieht. Könnte ich mir vorstellen, dass es auch da zu Schwankungen gekommen ist in den letzten Jahren. Und B, was ist, wenn mal so ein Einkaufsleiter wechselt, wird dann alles in Frage gestellt sozusagen oder wie kann ich mir das vorstellen? Also natürlich hast du recht. Die Idee der digitalen Verbindung ist natürlich, dass nachhaltig eine Geschäftsverbindung entstehen kann. Aber auch hier, ich bin so ein Freund von, ja, wenn man auf dem Stuhl sitzt, braucht der mindestens drei Beine. Ansonsten fällt man um mit dem Stuhl. Und ich glaube, diese digitale Beschaffung, die hat für mich auch drei Elemente, die sie dann auch wirklich nicht, wie soll man sagen, die sie wirklich so stabil machen. Das eine ist, wir versuchen natürlich über diese digitale Beschaffung irgendwie Sichtbarkeit, Versorgungssicherheit für unsere Kunden zu gewährleisten. Denn nochmal, wir sind nicht diejenigen, die in Produktionslinien reinliefern. Wir sind immer dann da, wenn der Bedarf nicht voraussehbar war, wenn irgendwas kaputt gegangen ist, wenn irgendwas vergessen wurde zu bestellen, wenn Betriebsmittel benötigt werden, dann sind wir immer da. Und das funktioniert natürlich für den Kunden am besten, wenn er nicht auf die Suche gehen muss, sondern in seinem eigenen System bereits die Lösung findet. Also das ist der eine Aspekt, ist diese Versorgungssicherheit, dieses einfacher machen. Der zweite Aspekt, warum es dann am Schluss auch nachhaltig ist, ist, wir versuchen über über diese Anbindungen ja auch Produkte, die im Markt bereits vorhanden sind, irgendwie zu verwerten. Ja, wir sprechen immer über Nachhaltigkeit. Unser Ansatz ist, wir schauen irgendwo auf der Welt nach Ware, statt neue Ware zu kaufen und versuchen die über diese digitale Sichtbarkeit den Kunden rechtzeitig zu zeigen. Also das ist der zweite. Und der dritte Teil ist, und das ist ein unterschätzter Teil. Aber wir leben doch in einer irrsinnig schnellen Welt mit immer limitierteren Ressourcen, was Menschen betrifft. Heißt, die Menschen, die da sind, müssen sich doch auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Und ich habe ja gesagt, wir machen C-Teile Beschaffung und damit ist digitale Beschaffung eigentlich die ideale Entlastung für das Personal. Und jetzt kommt der letzte Aspekt, da kommt wieder meine Verbindung zu B2C zurück. Ich habe immer gesagt, auch Firmen bestehen aus Menschen. Und warum muss in einer Firma immer nur ein Einkäufer Ware beschaffen? Der wird zum Nadelöhr. Warum können nicht die Menschen in der Firma diese Produkte in einem Regelkreislauf beschaffen, den ein Einkäufer verwaltet? Das ist E-Procurement. Wir versetzen Einkäufer in die Lage, alle ihre Menschen im Unternehmen zu Einkäufern zu machen und trotzdem Versorgungssicherheit, Qualität und Preis irgendwie im Auge zu behalten. Und deswegen, ja, es ist Lock-in und nein, wenn ein Einkaufsleiter wechselt, heißt es nicht gleichzeitig, dass die Verbindung gekappt wird und damit wir wieder von vorne anfangen. Mhm, verstehe. Das Thema Versorgungssicherheit, das ist, also es klingt nach einem ganz tollen Wertversprechen und auch nach maximaler Relevanz für eure Unternehmenskunden. Das stellt ihr ja aber insofern auch nur sicher, indem ihr ein sehr großes Sortiment zur Verfügung stellt. Ich glaube, es sind neun Millionen Produkte oder sowas, die ihr im Angebot habt. Das geht ja aber finanziell wahrscheinlich nur über auch einen hohen Marktplatzanteil, damit ihr da einfach aus dem Risiko rauskommt. Kannst du mal beschreiben, welchen Anteil aktuell euer eigenes Sortiment macht, wie sich der Marktplatz entwickelt hat? Also, ich fange wieder hinten in deiner Frage an oder ich fange vorne in der Frage an und gehe dann nach hinten. Also, die Antwort ist ja. Das lässt sich nur darstellen, diese Versorgungssicherheit, indem man ein breites Sortiment anbietet, weil es hilft dem Kunden einfach nichts, wenn digital fünf Produkte ihm sichtbar gemacht werden, sondern es hilft ihm ja nur, wenn quasi dieser One-Stop-Shop auch ein breites, in unserem Fall technisches Sortiment hat. Jetzt komme ich auf die andere Seite. Der Marktplatz macht inzwischen einen dreistelligen Millionenbetrag. Nachdem wir Familienunternehmen sind, sehen wir bitte nach, dass ich es nicht ganz genau sage, aber es ist ein sehr relevanter dreistelliger millionischer Anteil. Und wenn wir jetzt über die Anzahl der Produkte sprechen, also du sprachst von neun, wir sind bei knapp zehn Millionen, dann sind ungefähr neun Millionen Produktangebote Marktplatz und ungefähr eine Million Produktangebote Konrad, wenn man es so will. Also Verhältnis gerade ganz klar. Aber das tun wir ja genau, weil wir sagen, wir wollen die, warum sind Leute früher zu Konrad in die Filialen gekommen? Sie sind gekommen, weil sie wussten, dort gibt es den Akku, den ich sonst nirgends finde. Dort gibt es das Leuchtmittel, das es sonst nirgendwo gibt. Das ist auch unser Ansatz im Endkundengeschäft. Wir wollen nicht, dass unsere Endkunden, unsere B2B-Kunden auf die Suche gehen müssen. Wir wollen, dass sie zu Konrad kommen, in die digitale Anbindung und dort das Produkt finden, das sie suchen. Und dazu brauchen wir dieses Produktspektrum, Marktplatz neun Millionen, Konrad eine Million. Wahnsinn. Ich würde das gerne mal für unsere Hörerinnen auch nochmal kurz in den Kontext setzen. Also im B2C-Bereich zum Beispiel About You hat 600.000 Teile online. Das ist schon unfassbar viel in einer Kategorie wie Fashion. Ich glaube, Zara sind es so 20.000. Amazon müssten 250 Millionen sein. Zumindest war das die letzte Zahl, die ich mal recherchiert habe. Also es zeigt einfach eure schiere Größe nochmal auf. Das ist sehr greifbar. Auf der anderen Seite Richtung Amazon geschielt. Guckt ihr euch da ein bisschen was ab? Also Amazon war ja für viele Firmen, die Marktplatzbestrebungen hatten, mal so ein bisschen ein Vorbild. Guckt ihr euch so Themen ab wie Seller-Vendoren-Modelle oder die Buybox oder auch andere Initiativen? Also ich weiß nicht, ob abgucken das richtige Wort ist. Aber ich sage es mal, jeder, der lernt, schaut sich an, was sind da draußen Modelle, die funktionieren oder nicht funktionieren. Und ich glaube, was man von Amazon wirklich abschauen kann, ist dieses Kunde zuerst. Dieser absolute Fokus auf den Kunden und dann in der Kette hinten die Bedürfnisse dieses Kunden abzudecken. Also wie macht man eine Transaktion möglichst treibungslos? Wie schafft man Sichtbarkeit? All das kann man sich abgucken. Was wir uns nicht abgucken können, da kommt jetzt dieser Bruch B2C zu B2B. Also im B2B werden Bedarfe gedeckt, die benötigt werden, um eine klare Problemstellung zu lösen. Ja, also heißt, da kommt keiner und will inspiriert ein neues Produkt rausfinden, sondern er oder sie brauchen im Zweifel ein Produkt, weil eine Maschine steht, weil kein Papier mehr vorhanden ist. Also es gibt einen klaren Bedarf. Ja, und diesen Bedarf ist im B2B ja noch wichtiger, dass klar identifizierbar ist in vielen Fällen, woher kommt die Ware? Wie ist die Qualität der Ware? Deswegen haben wir auf der Vendor-Seite natürlich ein oder auf der Seller-Seite ein vollkommen anderes System gewählt. Ich verwende immer das Wort kuratiert. Also auch wenn wir 10 Millionen haben, dann sind die 10 Millionen Produkte nicht durch 10 Millionen Seller entstanden, sondern wir haben uns für Qualitätspartner entschieden, Hersteller, autorisierte Distributoren, die ihre Produkte in guter Service und guter Produktqualität bei uns verkaufen. Das heißt, wir beschränken sehr stark den Zugang der Seller oder wir suchen uns sehr stark aus, mit welchen Sellern wir auf unserer Plattform arbeiten. Dadurch müssen wir ein anderes Seller-Management haben, als das jetzt ein Amazon hat, weil schlicht und ergreifend dort die Masse 500.000, 600.000 Seller unterwegs sind. Wir sprechen heute auf der Conrad-Plattform von ungefähr 1.200, also 1.200 Sellern in Europa, was schon mal die Dimension zeigt. Das heißt, 600.000, 1.200, da stehen trotzdem 9 Millionen Produkte. Das heißt, bei uns hat ein durchschnittlicher Seller halt viel, viel mehr Produkte, die er oder sie mitbringt als auf Amazon. Also ja, wir lernen, wir schauen uns an, was machen sie gut, aber nein, wegen unseres B2B-Fokus können wir uns da nur bedingt auf der Seller-Assortment-Seite wirklich orientieren. Eine von den Themen, auf die ich dabei auch hinaus will, ist das Thema Retail Media, also so die Vermarktung von Conrad Inventar an Werbeflächen, an eure Industriekunden. Ist der B2B-Markt schon soweit? Also im B2C-Bereich ist es so aktuell echt so einer der stärkst wachsenden Marketingkanäle aus verschiedensten Gründen und für Händler ist es halt attraktiv, weil es sehr, sehr hoch margiger Umsatz ist, also damit vor allen Dingen ein Profitbringer. Seid ihr da auch schon, also nicht ihr, sondern eigentlich eure Industrie soweit oder auch der Reifegrad eurer Lieferanten? Haben die das Thema auch schon auf dem Zettel? Also, jein. Warum sage ich jein? Ich beschreibe dir ja, oder ich beschreibe bei allen, die zuhören, ja eine Welt, die eigentlich aus zwei Teilen besteht. Die eine Welt ist die öffentliche Welt, also das, was auf der Webseite stattfindet. Die andere Welt ist die, die in den Kundensystemen stattfindet. In den Kundensystemen findet kein Retail Media statt, weil schlicht und ergreifend die Kunden was Besseres zu tun haben, als ihre internen Systeme durch Marketingmaßnahmen lahmlegen zu lassen. Das heißt, auf dieser Seite überhaupt keine Rolle. Auf der Webseite, da testen wir immer wieder mal einen Ansatz, wie wir Retail Media machen können für B2B. Wir stellen aber fest, dass dann wirklich diese Maturität der Sellerpartner einfach durchschlägt. Der ein oder andere, der konsumennäher Produkte verkauft, ich nehme jetzt mal einfach, ein Apple versteht natürlich alles, was da passiert. Und auf der anderen Seite, wenn du jetzt einen Spezialisten für Bauteile hast, der hat bisher mit Retail Media nie was zu tun gehabt, weil er halt nicht in den klassischen B2C-Kanälen unterwegs ist. Und damit hast du ein sehr gemischtes Bild dort. Das heißt, wir testen immer wieder für uns heute in unserem Produktspektrum, unserer Kundenbasis leider noch kein Revenue Stream, der uns begeistert. Ja, und wie ist es so mit anderen Serviceangeboten? Also ich muss immer wieder sozusagen diesen Vergleich zu B2C ziehen, weil ich auf der einen Seite gelernt habe in den letzten Jahren, dass B2B einfach einen kleinen Zeitversatz hat und dass ganz viele der Entwicklungen, die wir im B2C schon erlebt haben, irgendwann im B2B nachkommen. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass sie aktuell diametral andere Erfahrungen macht. Und im B2C ist es nicht wahr für alle Kategorien, aber wir sprechen seit zwei Jahren über den absoluten Consumer Crunch. Also das Kaufverhalten hat sich einfach ganz stark verändert. Es ist extrem preissensibel geworden, wenn überhaupt noch gekauft wird in einigen Kategorien. Und Händler und Marktplätze, Entschuldigung, müssen wirklich händeringend nach alternativen Angeboten suchen, um Kundinnen auf ihre Plattformen zu bekommen. Da zählt vielleicht ein nachhaltiges Angebot. Das trifft aber dann wiederum nicht die preissensiblen Konsumentinnen. Das Thema Miete, aber zum Beispiel von Produkten kommt da eventuell ins Spiel oder auch Reparaturen, also you name it, alles, was man sich so vorstellen kann. Wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr auch so ein ergänzendes Serviceangebot bei euch etabliert? Also haben wir, ich würde es aber immer, wir haben natürlich viele Angebote, die wir mal angefangen haben, oder Serviceangebote, die wir mal angefangen haben, als wir noch deutlich B2C unterwegs waren. Du hast gerade Miete angesprochen. Das ist natürlich so ein klassisches Portfolio-Produkt aus der B2C-Seite. Die Schwierigkeit, die wir auf der B2B-Seite sehen, ist so ein bisschen, dass das, was an Miete dort funktioniert, halt nur für ein sehr limitiertes Produktspektrum wirklich gut passt. Also es kommt keiner auf die Idee, im B2B eine Maschine, die, ich weiß es nicht, Flaschen fertig zu mieten. Diese Maschinen, speziell wenn wir über die deutsche Kunden sprechen, so eine Maschine wird gekauft, ist ein Investitionsgut und fertig. Es kann, also ja, wir haben Serviceangebote, Miete, Leasing, die wir im B2B anbieten, aber ich würde das heute nicht als großen, schnell wachsenden Bereich sehen. Ja, wir testen natürlich Dinge, oder wir haben eher produktnahe Services, die wir im B2B anbieten. Also wir machen Kalibrierung von Messgeräten, weil wenn du was misst, dann müssen die Daten ja auch stimmen, wenn du was produzierst. Also wir machen eher produktnahe Services. Da sehen wir natürlich eine Annahme im B2B-Umfeld. Aber so die klassischeren Themen, also Miete, Leasing, alles, was zum Thema Refurbished geht, das ist bei Weitem nicht in dem Entwicklungsstand, wie wir es aus dem B2C-Markt kennen. Von daher orientieren wir uns heute eher an Produktservices, als an produktentfernten Services, die wir halt alle aus unserem eigenen Konsumverhalten kennen. Nachvollziehbar. Und wie nimmst du, du hast euch beschrieben als europäisches Unternehmen im Herzen, wie nimmst du aktuell die Unterschiede wahr zwischen dem deutschen Markt und der Nachfrage bei uns im Binnenmarkt versus anderer europäischer Länder? Weil das höre ich ganz oft von internationalen Playern, dass eigentlich, es ist nur in Deutschland gerade ein bisschen schwierig, der Rest läuft eigentlich ganz gut. Ja, also da würde ich genau dem zustimmen, was du gerade sagst. Wir sehen derzeit schon, dass die deutsche Industrie, die aus einer absoluten Stärke herauskam, mit einem Automobilmarkt, der super gelaufen ist, mit einem Industriemarkt, der super gelaufen ist, zu kämpfen hat gerade eben. Und selbstverständlich, wenn du ein starker Markt bist und dann fängst du zu kämpfen an, sieht es im Ausland vielleicht etwas weniger anstrengend aus. Trotzdem glaube ich, dass wir in Europa, oder nicht glaube ich, sehen wir in Europa natürlich derzeit schon einen eher etwas schwächeren Markt, als wir das aus den vergangenen Jahren kennen. Ich warne aber immer uns ein bisschen davor, uns selber schlechter zu reden, als wir sind. Weil wir müssen ja zwei Dinge sehen. Also ich spreche jetzt von Konrad und dann spreche ich über den Gesamtmarkt. Wir sind ja weder mit dem Thema Digitalisierung am Ende angekommen. Also für Konrad gibt es heute nach wie vor mehr nicht-digitalisierten Bedarf als digitalisierten Bedarf. Also wir können wachsen, indem wir einfach diese Digitalisierung weiter vorantreiben. Alles auch, jetzt auch wieder für Konrad, wir sind ein deutsches Unternehmen. Wir sind natürlich trotzdem in unserem Stammmarkt Deutschland nach wie vor überproportional stark vertreten. Wir würden natürlich gerne im Ausland auch noch eine ähnliche Marktposition erobern, wie wir sie in Deutschland bereits haben. Das heißt, mir ist nicht bange. Ist es deswegen leicht? Nein, natürlich ist es nicht leicht. Und ja, ganz am Anfang oder ganz am Ende, in Deutschland ist es derzeit anstrengender als in anderen europäischen Ländern. Was sind denn dann aktuell eure nächsten Wachstumshebel? Mal so ganz allgemein gesprochen. Ihr habt jetzt ja schon 100 Jahre Transformation hinter euch. Ich habe gerade zwei echt dicke Bretter gebohrt mit dem Marktplatz oder mit dem B2B-Marktplatz und mit dem Shift sozusagen aus dem B2C ins B2B-Geschäft. Ist es jetzt internationales Wachstum oder der Ausbau des Marktplatzgeschäfts? Was steht euch da als nächstes bevor? Also auch wieder, Caro, du kannst, bitte komm zu uns, schreib die Unternehmensstrategie weiter. Nein, du hast es gut beschrieben. Wir haben natürlich das Thema Internationalisierung klar auf unserer Roadmap stehen. Wie gesagt, als deutsch gegründetes und deutsch dominiertes Unternehmen haben wir irrsinnig viel Potenzial in Italien, in Frankreich, wo wir überall vertreten sind, aber eben noch nicht in derselben Chance. Das Zweite mit dem Marktplatz verbunden ist das zweite Wachstumspotenzial, dieses Thema Cross-Border-E-Commerce. Das hört sich jetzt für jemanden, der B2C kennt, überhaupt nicht spannend an und eigentlich ein bisschen unlogisch. Cross-Border-E-Commerce, ich kann doch überall einkaufen, wie ich will. Da hast du als Konsument auf jeden Fall recht. Ganz so einfach stellt sich die Lage im B2B-Markt leider nicht dar. Weil wir haben halt Mehrwertsteuer im Weg. Wir haben unterschiedliche Regulierungen in Europa, was Rechnungsstellungen betrifft. Und damit kannst du heute nicht ganz einfach Ware von Italien nach Deutschland oder von Frankreich nach Polen über einen Marktplatz verkaufen. Und das ist so unser anderes großes Wachstumsbrett, an dem wir bohren, wie kriegen wir diesen Cross-Border-E-Commerce auf der Conrad-Plattform so einfach realisiert, dass wir quasi Ware überall in Europa nach überall in Europa im B2B-Umfeld verkaufen können. Das sind so die zwei ganz großen. Und darunter haben wir natürlich E-Procurement. Nochmal, wir sind E-Procurement. Nicht nur wir, sondern der gesamte Markt ist, was die digitale Beschaffung betrifft. Noch deutlich entwicklungsfähig, um es mal vorsichtig zu sagen. Total nachvollziehbar. Aber das schützt euch ja tatsächlich auch vor so ein paar Themen, die uns wiederum im Konsumentenbereich sehr stark beschäftigen. Also ich will da vor allen Dingen auf die asiatischen Player eingehen, die einfach aktuell so gefühlt einen sehr glücklichen Zeitpunkt erwischt haben. Bei uns ist die Konsumstimmung nicht die beste. Der deutsche E-Commerce hat sich auch in den letzten zehn Jahren nicht wirklich weiterentwickelt. Und da kommen Mobile-First-Player mit einem super individualisierten, sehr spannenden Angebot. Und ja, das erklärt einfach so dieses überdimensional starke Wachstum, was wir im Moment sehen. Man muss halt sehen, wie nachhaltig das Ganze ist. Das ist, glaube ich, sicherlich streitbar. Aber das spielt für euch sicherlich noch keine Rolle, oder? Ja, also die Antwort ist nein. Die Kurzantwort ist nein. Damit könnte ich aufhören. Ich bin aber auch immer ein Freund, nicht so zu tun, als ob da überhaupt keine Chancen bestehen, dass auch so etwas mal zu einem Wettbewerb für uns wird. Ja, ich habe mir immer wieder die Geschichten von Amazon natürlich angehört. Ich sitze hier im Büro bei einem der ursprünglichen Versand- und Online-Händler in Deutschland. Ich glaube, vor 24, 25 Jahren hat auch jeder milde gelächelt, als das Thema Amazon hochkam. Und jetzt schauen wir in 2024. Und da lächelt keiner mehr, sondern da haben alle verstanden, das hätten wir mal besser ernster genommen. Und deswegen möchte ich immer so ein bisschen auf unsere Paranoität hinweisen und sagen, Leute, only the paranoid survive. Das gibt im Halbleiterbereich, gibt es diesen Spruch ja schon von jemandem. Und deswegen, ja, heute kein Wettbewerb, aber wir sollten gut darauf aufpassen, weil am Ende des Tages, ob da Mode oder Elektronik kommt, das ist mal dahingestellt. Und dann ist nur die Frage, inwieweit Kunden, in diesem Fall B2B-Kunden, bereit sind, das Risiko einzugehen, woher die Ware kommt, wie funktional, wie qualitätsorientiert diese Ware ist. Das ist sicherlich die Barrier of Entry gerade eben, oder die Eintrittsbarriere für solche Player. Aber wir sind gut beraten, ein Auge drauf zu halten, was da passiert. Ja, da finde ich die Weitsicht gerade wieder, die du eingangs so schön beschrieben hast. Ralf, ich würde gerne wissen, für dich persönlich, was sind denn die Initiativen, auf die du dich jetzt in den nächsten Monaten, vielleicht auch ein bis zwei Jahren am allermeisten freust? Also ich, normalerweise, wenn mich Leute fragen, was ist meine Job-Description, da sage ich ja immer, also Chef-Psychologe, Chef-Hausmeister. Und ich glaube, in so einer Transformation, das sage ich immer mit einem Lächeln, Augenzwinkern, ja, aber da ist schon das, eigentlich ist die Wahrheit genau dort begraben, ja. Also in dieser Transformation geht es darum, Menschen mitzunehmen, Menschen irgendwie zu begeistern, Menschen auf diesen neuen Weg immer wieder einzuschwören. Das ist eine Aufgabe, die macht viel Spaß, die kostet viel Kraft und es wird auch auf meinem weiteren in den nächsten zwei, drei Jahren eine der ganz großen Aufgaben sein. Das zweite Thema ist Fluch und Segen. Jeder kennt Konrad, aber vielleicht nicht die richtige Version von Konrad gerade eben. Also darauf freue ich mich, diese Version dann auch nachhaltig, die neue Version von Konrad in den Köpfen zu verankern. Und das dritte ist natürlich, also ich durfte als CEO vorne dranstehen, als eine Firma 100 Jahre alt geworden ist. Das ist was Besonderes und ich würde natürlich gerne so diesen nächsten Meilenstein mit der Firma erreichen, zu sagen, wir sind jetzt wirklich diese B2B-Plattform geworden, die Europas-führende Beschaffungsplattform geworden, was wir uns als Ziel gesetzt haben in den nächsten, meine Gesellschafter sagen sicherlich, in zwei Jahren wäre toll, aber ich sage mal, in den nächsten drei bis fünf Jahren wäre das schon unser Ziel. Ralf, ich wünsche euch dafür alles erdenkt nicht gut. Ich finde, das ist eine beeindruckende Geschichte und es hat auch extrem viel Spaß gemacht, dir zuzuhören, so deine Erfolge und alles, was ihr als Unternehmen erzielt habt. Und ich werde das weiter sehr eng beobachten und bedanke mich total für den schönen Austausch heute und nochmal alles, alles Gute. Danke, Caro. Hat mir auch Spaß gemacht. Gerne wieder. Das war Kassenzone mit Caro. Diese Folge wurde produziert mit der Unterstützung meiner lieben Kolleginnen und Kollegen bei eTripes. Falls ihr euch die Wartezeit bis zur nächsten Folge mit noch mehr E-Commerce-Content vertreiben wollt, schaut gerne mal in unserem eTripes-Blog unter www.eTripes.de vorbei. Dort gibt es eTripes Insights. Das sind verschiedene Whitepaper zu allen Themen rund um das Thema E-Commerce und Digitalisierung. Für alle B2B-Interessierten gibt es zum Beispiel auch ein Whitepaper zum Einsatz von AI in B2B-Mittelstandsunternehmen. Für Fragen, Anregungen und Feedback zu den Folgen oder auch Gastvorschläge erreicht ihr mich am besten auf LinkedIn oder auch unter caro.atkassenzone.de. Ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal bei Kassenzone mit Caro. Bis zum nächsten Mal bei Kassenzone.